denn er ist nur machen die eigentliche die pause die jahre leute und jetzt ist willkommen zu einer neuen runde ist so weit wie geht es anstatt dem projekt in meinem projekt ist noch nicht so ganz fertig und wenn ihn wollte ich jetzt erst nächste woche bringen aber wird leider nichts denn er nächste woche machen die einwöchige pause warte diesen sonntag mache ich eine pause bis nächsten sonntag so denn ich schreibe nächste woche noch richtig viele klassenarbeiten ich glaube 23 sogar und da wollte ich jetzt einfach noch mal ganz schnell auf das konzentrieren weil wenn ich die gut schafft dann kriege ich auch ein bisschen money money und das ist einfach 20.000 mal ein besser ich weiß nicht ob ich im bunkel gehen soll wenn hinter mir gammelt glaube ich man ich glaube dazu ganz schwert aber klar ein schwert sei klar ja super er läuft sogar hinterher und ich weiß aber nicht wieso habe ich irgendwas tolles an nein habe ich nicht ja super freut mich ja übel ist ich weiß nicht mal wo ich hinrense schon abgeschüttelt ja wo ich hab mir abgeschüttelt solche leute hasse ich ja nicht ganz ehrlich denn ich mache einfach eine einwöchige pause weil ich habe jetzt zurzeit so ein bisschen viel um die ohren muss auch ein bisschen viel lernen ich hoffe ihr könnt mich dann auch hier ein bisschen verstehen ich weiß nicht unbedingt ob ich die runde gewinnen denn hier gammeln überall teams oder vielleicht war es auch grad gar kein team ah lo 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 und jo gehen einfach mal auf die kiste und die sind alle hier leer ich finde natürlich super klasse ich hoffe da ist noch jawohl jawohl so war denn hier schon jemand haben wir müssen den lappen hier überraschend der hier war der gammelt durchaus hier hinten bestimmt bauernos kann mit der ja den müssen wir echt kriegen weil der hat unsere sachen sozusagen da oben sind sie so hat ihn zweit ihm gleich gebraucht am gott gottchen selda immer noch drauf ok ok ich habe weitergenommen ich habe weitergenommen ich hoffe die runde wird ein bisschen spannender als oh mein gott verzaubert ist ja schön oh gott ich sehe schon müssen schnell machen denn ich will mir ein verzaubertes diamantenschwert machen und den nächsten 141 blöcke weg das heißt am spawn ist hoffentlich niemand da macht mir ein diashwert dann gehe ich so zauber und da habe ich sogar ein verzaubertes diamantenschwert das ist ja doppelt gut wenn ich es schaffe aber da ist jemand im verzauberungshaus drin der hat nämlich glaubt seine ganze rüstung gerade verzaubert wie ich das gerade gesehen habe aber das diamantenschwert kriegen wir trotzdem von dem her läuft so das mache ich erst mal hier hin an einem wir kriegen kein diashwert super super wir müssen erst noch jemand töten weil wir haben kein stick ähm hätte ich lieber hat sich kissen gesammelt ach bisschen dumm jetzt aber aber ist ja in ordnung weil wir können hier auch nichts kraften oder sonst was machen ähm das ist ja alles hier aus dass man das abbauen kann und so ähm eben drin gesehen eigentlich 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 bin ich der mond mann das ist nicht auf dem dach oben ich bin schwer ich bin schön wenn es auf dem dach ich bin jetzt auf dem dach so oder wo ich wünsche nein nein komm komm jawohl dann haben wir auch gekriegt jawohl so drei diamanten hashtag läuft hashtag bei mir so jetzt muss ich ab zum spawnen ab zum spawnen würde ich sagen sechs spiele leben noch ähm das heißt es ist wirklich ab zum spawnen äh ab nach unten wo ist denn der nächste ah der kommt näher fuck der kommt näher das ist ein team verzaubern ja schwer dürfte es aber eigentlich funktionieren wenn der mich jetzt nicht auflauert 70 blöcke ist der nächste entfernt 60 ah ja jeder läuft zum spawnen fuck ein team fuck ein team fuck ein team ach gott ok ich ich versuche mal was herrje herrje warte mal ist es fallen werden ist aber schon ausgelöst ist immer dumm zweiter team im spawn das kriege ich lieber nicht obwohl noch fünf spieler leben ein wir schwörst der hat einen die erschwert wo können wir sonst so hin pass mal auf wir gehen jetzt einfach mal dahintre ich glaube für 90 blöcke jodes gut da ist gut da ist gut die sind schon weg so und ab zum dia schwert entschieden welche zu mal sagen falls die runde ein bisschen langweilig ist tun mir leid ich bin gerade so ein bisschen abgekippt abgekippt und voll bekifft so sind die blöcke fuck er kommt näher 60 61 wir sind die dann wir sind in dem haus tun weil ich will jetzt eigentlich noch mein dia schwert superschnell entscheiden 30 blöcke der warte drin verdammt weiße diese wir erledigen die fahrt auf fuck fuck ich muss schnell sein fuck fuck bitches komm schon schnell wie schnell wie quick schärfe wir haben schärfe viel war fach von hinten fach was ich tun fach was ich tun oh gott egal leute soll ich euch die runde jetzt abliefern ja kommt das ist mir jetzt eigentlich relativ ich lief euch jetzt einfach mal die runde jetzt ab ich weiß nicht wie der das gemacht hat ob er gelegt hat wer hat sich umgesetzt aber das ist eigentlich jetzt relativ egal denn ich habe mein verzaubertes tier schwert gehabt und das waren auch zwei und dann würde ich einfach mal sagen das ist meine einleitung in meinen zwei wochen gepostet möchte zeit nicht mehr streng mit besser an bis dann leute macht's gut und schön tschau